Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Spezial. Und zwar wollen wir uns heute im Zusammenhang mit der Radcon 2019 einen Hexen 1733 Jäger zusammenstellen. Und wenn ich wir sage, dann sind das zum einen Nico Hieros, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Und Meister Beli, einen wunderschönen guten Abend auch dir. Servus. Ja, wir haben eben gerade einen Hexen Podcast aufgenommen, den ihr dann im weiteren Verlauf auch bei mir auf der Homepage hören könnt. Da wird so ein bisschen über die Welt geredet. Was ist Hexen 1733? Das kann man natürlich dann auch schon so ein bisschen auf meinem Kanal nachvollziehen, weil ich ein Interview mit Mirko schon gemacht habe und auch die Schnellstarter-Runde geleitet habe. Aber jetzt soll das Ganze noch ein bisschen vertieft werden. Nicht nur mit einem Schnellstarter, sondern mit dem richtigen Buch der Regeln. Und ja, da wird uns jetzt Meister Beli durch die Charakterschaffung führen, wird das alles so ein bisschen erklären. Und dann werden Nico Hieros und ich dann zwei Charaktere haben, mit denen wir dann zur Radcon antreten können. Ja, dann könnt ihr vielleicht sogar bei mir spielen, weil ich auf der Radcon sein werde und dort versuchen werde, einige Hexen Abenteuer anzubieten. Ja, ausgezeichnet. Wenn ihr einen großen, jungen Mann seht, dann spreche ich ihn an. Wenn er riesig ist, ist es Beli. Ja, das könnte man sagen. Also zumindest einer von den großen, die da rumlaufen und von den größten. Ja, für die Jägererschaffung. Es gilt natürlich, wie in jedem guten System, gibt es zwei Wege. Entweder gucke ich nach den Regeln und bastle mir einfach sowas zusammen und dichte mir hinterher eine Hintergrundgeschichte. Oder aber ich denke mir zuerst einen tollen Hintergrund aus und gucke dann, wie ich das mit den Regeln verwirklichen kann. Ich glaube, hier verzichten wir erstmal auf so einen ganz großen Hintergrund, sondern es geht ja rein um die Regeln, wie man so einen Charakter erstellt, um das darzustellen. Und ich würde mich an dem Leitfaden, also die Zusammenfassung aus dem Buch der Regeln, entlanghangeln, so wie es hier der Reihe nach aufgeführt ist. Das heißt, als erstes dürft ihr euch eine Motivation aussuchen. Eine Motivation ist quasi das, was euch so antreibt, was euch prägt, wie euer Charakter vom Grundgerüst her gestrickt ist. Und das hat dann auch noch einen kleinen Einfluss auf euch. Also gibt euch einen kleinen Bonus in irgendeiner Form. Ja, wir haben da zum einen die Motivation, ich bin gerade am Schauen, den Abtrünnigen, den Aufopferungsvollen. Dann haben wir den Dominanten fanatisch, fürsorglich gebeutelt, gelangweilt, gesandter, geschäftstüchtig, gottesfürchtig, heimatvertrieben. Es sind eine ganze Menge an verschiedenen Motivationen, die jetzt wir uns aussuchen können. offnungsvoll, kontaktfreudig, neugierig, unbeugsam, so was in der Regel, wachsam, rebellisch. Das ist jetzt eine ziemlich lange Liste gewesen, weil ich schon weiß, wohin ich ganz grob gehen möchte, was ich für eine Profession, ich dann am Ende wähle, welche Rolle ich dann bekleide. Ich glaube, ich würde mal mit fanatisch anfangen als Motivation. So, Jägerstufe, du hast gesagt, er soll erst mal auf Stufe 1 gebaut werden, das heißt, ich trage hier erst einmal Stufe 1 ein. Professionen haben wir noch nicht eingetragen, ne? Wir machen erst die Motivation, hast du gesagt? Genau, zumal die Professionen kommt auch später. Es ist ja so, Hexen basiert auf Rollen im Grundprinzip. Man hat auch in der normalen Aufstiegsmöglichkeit die Chance, bis zu drei Rollen zu erwerben. Und eine Profession hat immer als Voraussetzung zwei verschiedene Rollen und eine spezielle Jägerkraft, die man gewählt haben muss, damit man überhaupt diese Professionen sich eintragen kann. Da können wir auch später noch drauf zurückkommen, oder ich kann es auch gleich erklären. Eine Profession gibt einem zu den Rollen nochmal drei verschiedene Jägerkräfte, die freigeschaltet werden sozusagen, die man dann erwerben kann, wenn man die Profession hat. Und da kann man sich natürlich überlegen, es sind zum Teil sehr mächtige Fähigkeiten, die man da erwerben kann. Aber man kann auch sagen, ich verzichte vollkommen auf eine Profession. Mir ist das zu blöd, da jetzt eine Rolle genau dahin zu min-maxen sozusagen, sondern ich nehme einfach zwei andere Rollen, die ich viel besser kombiniert finde. Okay. Ja, weil ich ungefähr weiß, was Nico Hiroos am Ende spielen möchte, kann ich auch nochmal so einst vorlesen für dich. Du könntest natürlich einen dominanten Charakter spielen. Das ist gerade das, was mir einfällt für deinen Alternativ. Heimatvertrieben würde natürlich auch passen. Profilierungssüchtig, unbeugsam oder verbissen. Das wäre auch so eine Alternative, die ich dir jetzt gerade anbieten könnte. Ja, ich schwanke so ein bisschen zwischen Heimatvertrieben und Verbissen. Ich hätte mir gewünscht, dass da so etwas wie Wiedergutmachung gewesen wäre. Gibt es eigentlich die Möglichkeit, freie Motivationen zu wählen, oder muss ich mich an die Liste halten? Man kann sich auch mit dem Meister noch eine andere Motivation absprechen. Gerade wenn man in einer festen Runde spielt, eine feste Kampagne, kann das sicherlich dienlich sein, sich da auch eigene Sachen zu überlegen. Man muss halt dann gucken, dass das von den Regeln her gebalanced ist, also dass es nicht zu mächtig ist, was dir die Motivation dann gibt. Aber gerade wenn man auch Runden wechselt und den Charakter in verschiedensten Konstellationen spielt, ist es, glaube ich, eher gut, sich auch so an diese Liste zu halten. Gut, in dem Fall würde ich nämlich Verbissen wählen. Bei deinem bisherigen Kampf gegen die Kreaturen der Nacht hast du dich in einer Sache verbissen, die dich nicht mehr loslässt und dich stets weiterziehen lässt. Möglicherweise ist die Suche nach dem Stein der Weisen oder der Herkunft der Dämonen. Du hast keine Ahnung, wo du Antworten und die Erfüllung deines Lebenswerks finden kannst. Daher bist du gezwungen, immer weiter danach zu suchen. Das klingt doch gut, finde ich. Gut, dann kannst du dir die Motivation schon mal eintragen und wir machen weiter mit dem nächsten Teil. Wir kommen dann als nächstes tatsächlich zu den Rollen erst einmal. Das ist quasi auf der anderen Seite vom Charakterbogen. Und bei den Rollen, wie gerade schon erklärt, das sind quasi sowas wie die Grundberufe, die man hat. Auf Stufe 1 kriegt man die erste und auf Stufe 2 gleich schon die zweite, damit man quasi ab Stufe 2 auch mit Professionen spielen und starten könnte. Genau, aber wir wählen jetzt erstmal die erste und ich werde sie euch einfach nochmal vorlesen und so grob ein bisschen was dazu erzählen, was man darunter verstehen kann. Das erste ist der Alchemist. Das ist tatsächlich so der Tränkebrauer im Labor, könnte man sich vorstellen. Der kann zum einen Tränke herstellen, die einen heilen, gegen Gifte herstellen, andere Stärkungstränke brauen, aber auch tatsächlich sowas wie Bomben herstellen, Granaten basteln, Wurfgeschosse modifizieren, dass die einfach mehr Wumms machen und mehr Explosionen, würde ich sagen. Dann gibt es den Attentäter. Das ist tatsächlich so die heimliche Meuchler-Klasse, also Rolle hier in Hexen, der sich auf den Kampf mit Messern und Dolchen und Gifte spezialisiert hat. Also er kann auch Gifte herstellen, diese auf seine Dolche dann aufbringen und damit nochmal Tod und Verderben in seine Feinde bringen. Dann gibt es den Beschützer. Das ist so ein klassischer Tank, würde ich sagen. Also ich denke bei Hexen, wenn es um die Beschreibung geht, gerne in den typischen MMO-Strukturen. Also der Beschützer ist so der klassische Tank, der vorne steht, der auf die Fresse kriegt und alles abfängt, damit die Kameraden dann wirklich Schaden machen können und die finsteren Kreaturen besiegen können. Und damit ist das quasi auch schon diese Rolle gut erklärt. Also er hat viele Fähigkeiten, um Gegner an sich zu binden, um Gegner auf sich zu lenken und aufmerksam zu machen und auch ihren Angriffen so ein Stück weit zu widerstehen. Dann gibt es eine typische Nahkampferolle, das ist der Fechter. Das ist tatsächlich eher so der Degen-Fuzzi, sag ich mal, der Musketier, der fechtet und 1 zu 1 die Gegner besiegt. Also der hat die besondere Stärke darin, wenn er im 1 zu 1 Kampf mit einer finsteren Kreatur, mit einem Gegner steht und dort sich am effektivsten zeigt. Also sobald sich dann jemand anders einmischt, dann ist er vielleicht, könnte man sagen, ein bisschen beleidigt und ist nicht mehr ganz so stark. Dann gibt es die Rolle Fernkämpfer. Das ist so die einzigste große Rolle, die einen Schützen darstellt. Da teilt es sich auf den Kampf mit Musketen und auf den Kampf mit Pistolen. Es gibt im Archiv des Wächterbunds auch neue Rollen und Professionen. Daher wird dann auch in ein, zwei Rollen der Kampf mit Armbrust und Bogen forciert. Aber so im Buch der Regeln gibt es nur den Fernkämpfer als die Fernkampfrolle. Dann gibt es den Eiferer. Der Eiferer ist so ein Kämpfer, der mit Wort und Schwert gegen seine Feinde vorgeht. Sei es, dass er durch den christlichen Glauben motiviert ist oder eine bestimmte Weltanschauung hat, die ihn in besonderen Eifer versetzt und die er natürlich versucht, mit aller Macht auch durchzusetzen, durchzudrücken. Daraus aber auch seine Kraft zieht, um die Kreaturen der Finsternis zu bekämpfen. Dann gibt es den Konstrukteur. Das ist so der Bastler und Feinmechaniker, könnte man sagen, der allerhand Apparaturen bauen kann. Der kann zum einen sich selber so einen Kampfanzug bauen, ähnlich wie so Steampunk Iron Man könnte man sich das vorstellen, an den er allerlei verschiedene Apparaturen anbringen kann, die ihn dann verbessern und ihn im Kampf unterstützen. Er kann aber auch sich spezialisieren darauf, dass er Waffen und Gegenstände seiner Freunde verbessert und modifiziert, damit die im Kampf effektiver werden. Das sind so die zwei großen Schwerpunkte vom Konstrukteur. Dann gibt es den Nahkämpfer. Das ist eine weitere typische Nahkampfklasse. Da sind dann besonders der Kampf mit Schlagwaffen oder der Kampf mit Stangenwaffen vertreten. Also entweder die großen Einhandwaffen oder dann die großen Zweihandwaffen, mit denen man kämpft. Dann gibt es den Priester. Das ist tatsächlich so der typische christliche Priester, der seine Kraft aus seinem Glauben an den christlichen Gott zieht und da besondere Kräfte entwickelt, dass er mit Worten und der, man könnte sagen, der Kraft seines Herrn die Kreaturen zurück in die Finsternis schickt. Und dann gibt es den Strategen. Das ist tatsächlich eine Supporterrolle, wie er im Buche steht, der mit allerlei Jägerkräften die Gegner beschäftigen kann, seine Freunde verstärken und motivieren kann, der Vorteile verschaffen kann und sich deshalb eher auch so im Hintergrund hält als Supporterrolle. Genau, das sind die Rollen aus dem Buch der Regeln. Wie schon gesagt, im Archiv des Wächterbundes aus der ersten Phase gibt es noch mehr und jetzt mit der zweiten Phase, die ausgeliefert wird, gibt es natürlich noch einige weitere Rollen, mit denen man dann auch ganz neue, schöne Kombinationen machen kann. Habt ihr euch denn schon entschieden oder habt ihr jetzt schon Geschmack an etwas gefunden? Ja, wenn du willst, darfst du das jetzt aussuchen. Ja, mich spricht tatsächlich der Attentäter am meisten an. Das würde ich dann als meine Rolle Nummer 1 nehmen. Und Frosty? Dann werde ich den Priester wählen, andere Leute zu unterstützen, zu motivieren, geistige Zustände heilen und so ein bisschen für das Soziale sorgen, wenn Niko-Hiros dann die Vernichtung bringt. Mhm. Priester. Wunderbar. Ihr könnt euch ja im Hinterkopf schon mal überlegen, was ihr dann bei der Steigerung für eine Rolle nehmen würdet. Einfach so, um es im Hinterkopf zu haben. Gut. Als nächsten Schritt kämen wir dazu, ein Kleidungsset für euch auszusuchen. Kleidung hat in Hexen gar keinen so großen Stellenwert. Es ist nicht so wie in anderen Systemen, dass du dir jeden Stiefel und jeden Ohrring aufschreiben musst und verwalten musst in der Inventarliste. Gibt es dann für die verschiedenen Kleidungssets irgendwelche Regeln? Also, wenn ich jetzt die Mönchskleidung wähle, ist das was ganz anderes als das liturgische Gewand? Ja, die Kleidungssets, die man hier wählt, die bringen einem nochmal einen kleinen Bonus sozusagen. Also, man kann damit seinen Charakter nochmal ein bisschen in eine bestimmte Richtung auspfeilen. Genau, wie gesagt, es gibt so diese Kleidungssets als das, was man als Kleidung trägt. Also, auch damals war es ja so, man hat dich an dem erkannt, was du getragen hast. Also, man konnte anhand der Kleidung schon bestimmen, ist das jetzt eine Markt? Ist das ein Dienstbote? Ist das ein Lehrling? Ist das ein Zimmerer? Oder was auch immer. Also, man konnte anhand der Kleidung den Stand und die Berufsklasse bestimmen mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Und genauso wird das auch hier in Hexen ein bisschen gehandhabt. Man kann sich quasi durch die Kleidung, die man trägt, so ein Stück weit identifizieren, in was für einem Rang, was für einen gesellschaftlichen Klischee man sozusagen sich bewegt. Und erhält dadurch auch noch einen kleinen Bonus für seinen Charakter. Genau. Und dann schaue ich gerade mal auf die Kleidungssets und stelle fest, dass ich dann von den beiden, die ich zur Auswahl habe, das liturgische Gewand, also die etwas höhere Kleidung wählen würde. Das ist ja für einen Priester auch durchaus möglich. Also, du musst ja nicht der einfache kleine Klostermönch sein, sondern kannst ja auch ein Diener aus einer größeren Kirche oder Kapelle oder sowas sein, bis hinzu tatsächlich ein Abgesandter an der großen Kathedrale oder so. Irgendein Abt oder sowas, wäre das möglich? Das kann man sich sicher auch dann mit einer Hintergrundgeschichte so hinpassen, dass du als Abt da durch die Gegend ziehst. Wo trage ich die Kleidung jetzt ein? Die Kleidung trägst du unter Kleidungssets. Das findest du unter der Großüberschrift Charakter. Da hast du als letztes Verderbnis und Segnung. Und direkt darunter hast du bis zu zwei Kleidungssets. Ah, ich sehe es gerade auf der zweiten Seite, ja genau. Peturgisches Gewand. Genau. Und der Attentäter, der darf sich entweder die Reisekleidung oder die Söldnerkleidung aussuchen. Ja, die Söldnerkleidung ist mir zu auffällig. Ich nehme die Reisekleidung. Genau, das ist wahrscheinlich auch das, was so am einfachsten dann dazu passt. Gut, dann habt ihr eure Kleidung. Dann geht es auch tatsächlich schon gleich weiter zum nächsten Schritt. Wir suchen uns die Jägerkräfte aus. Ihr erhaltet jetzt am Anfang erst einmal sechs Jägerpunkte. Die könnt ihr ausgeben, müsst ihr aber nicht. Mit jeder weiteren Stufe, die ihr erreicht, erhaltet ihr dann weitere Jägerpunkte. Zwei Jägerpunkte pro Stufe, die ihr dann entweder sparen könnt oder auch direkt für neue Kräfte einsetzen könnt. Bei den Kräften gibt es drei große Unterschiede, auf die man achten muss. Es gibt zum einen die sehr mächtigen Esprit-Kräfte. Die Kräfte, die beziehen sich immer auf die Esprit-Sterne, auf den Würfeln. Also es gibt ja die speziellen Würfelsets. Wenn man die nicht hat, gibt es auch eine Würfeltabelle, wie man einen normalen W6 quasi deuten kann. Also welche Zahlen für was für ein Symbol stehen. Und die normalen Hexenwürfeln, mit denen man am meisten würfelt, haben auf der Eins den Esprit-Stern. Und die Esprit-Kräfte beziehen sich immer auf gewürfelte Esprit-Sterne und machen dann was ganz, ganz Besonderes. und bringen schon einen großen Vorteil. Deswegen sind das die teuersten Kräfte. Die kosten euch drei Jägerpunkte. Dann gibt es die sogenannten allgemeinen Jägerkräfte. Die sind, würde man sagen, so Standard-normale Kräfte. Die kosten euch zwei Jägerpunkte. Und dann gibt es die Ausbaukräfte. Die Ausbaukräfte sind am besten zu vergleichen mit Skill-Trees. Also man hat quasi eine untere Ebene, mit der fängt man an. Dann hat man eine zweite, eine dritte und eine vierte Ebene, wo man skillen kann. Und erst wenn ich quasi in zweiter Ebene bestimmte Anzahl an Punkten ausgegeben habe, darf ich mir aus der dritten Ebene was aussuchen. So wie man es von Skill-Trees her kennt. Und da kostet jede Eigenschaft, die man sich holt, einen Jägerpunkt. Das heißt, ihr merkt schon, man kann zwei Esprit-Kräfte nehmen und ist seine Punkte aus Stufe 1 los. Man kann aber auch sechs Ausbaukräfte nehmen und sich da in so einem Skill-Tree tatsächlich sehr viel austoben. Oder eben beliebige Kombinationen. Oder man hebt sich auch noch ein paar Punkte auf für eine eventuelle zweite Rolle, wenn man dann gesteigert hat. Du sagtest, eine Ausbaukraft kostet einen Jägerpunkt oder zwei? Eine Ausbaukraft kostet einen Punktpunkt. Also bei einer Ausbaukraft ist es so, ihr habt immer einen Stammeffekt. Den müsst ihr als erstes nehmen. Und dann gibt es drei Geselleneffekte, drei Experten-Effekte und drei Meister-Effekte. Und ihr müsst immer dann zwei der Stufe wählen, bevor ihr aus der nächsten Stufe was kaufen könnt. Also zwei Geselleneffekte, dann könnt ihr euch Experten-Effekte holen. Zwei Experten-Effekte, dann könnt ihr euch Meister-Effekte holen. Gut, dann würde ich, glaube ich, zwei Ausbaukräfte einmal kaufen. Und zwar einmal die Predigt und einmal die Heilige Aura. Das kann ich auch beides machen, oder? Ja. Genau, welche wolltest du? Ich glaube, ich würde erstmal Gib dein Bestes und Nutze den Glauben kaufen. Bei der Predigt. Also da musst du ja dann auch die Menschenkenntnisse als Stamm-Effekt sozusagen zuerst holen. Okay. Das ist dann der erste Punkt und dann die beiden Gesellenpunkte dazu. Genau. Und damit hast du dann schon drei Punkte ausgegeben. Gut. Dann würde ich das so machen und auf der anderen Seite die Heilige Aura. Da würde ich dann die Liternal des Schutzes kaufen und die Aura der himmlischen Hilfe und die Aura der Seraphim. Okay. Dann hast du damit quasi schon drei Punkte ausgegeben. Genau. Also drei und drei sind sechs. Genau. Ja. Genau. Das ist tatsächlich auch was, was man machen kann. Also es gibt viele, die beziehen sich erstmal dann pro Rolle auf eine Ausbaukraft und nehmen dann eher nochmal allgemeine Jägerkräfte oder eine Espritkraft dazu. Aber man kann tatsächlich auch sich rein auf Ausbaukräfte spezialisieren und die anderen Kräfte daneben liegen lassen, wenn es einem hertaugt. Also das finde ich das Schöne an dem System. Man kann sich wirklich austoben und jeder Charakter, den man entwickelt, ist wieder völlig anders, weil es so viele Individualisierungsmöglichkeiten in den Kräften gibt, dass es wirklich schwer wird, dass man zweimal denselben Charakter zusammenschustert. Also das trage ich jetzt auf der zweiten Seite des Bogens ein bei Jägerkräfte, oder? Genau. Wenn du da diesen zweiseitigen Bogen hast, dann ist der da mit drin. Da gibt es auch die, also es gibt die Jägerkräfte und dann hast du aber auch Felder für Ausbaukräfte. Ja. Und da trage ich jetzt als erstes die Ausbaukraft ein. Das ist ja eine Ausbaukraft. Genau. Die Ausbaukraft zum Beispiel für das erste, was du hast, die heißt Predigt. Und da wäre dann der Stammeffekt, zu Menschenkenntnis und dann hast du die Geselleneffekte, die du nachtragen kannst. Gut. Und das zweite heißt Heilige Aura und da hast du eben den Stammeffekt die Litanei des Schutzes und dann deine zwei Geselleneffekte. Gut, danke. Dann kann ich das schon mal eintragen und kannst du weiter mit unserer Attentäter anmachen. Ja, also ich möchte nicht unbedingt gerne auf Gifte gehen, zumindest nicht am Anfang, sondern mich wirklich komplett auf Heimlichkeit spezialisieren. Was würdest du mir denn da empfehlen? Wenn du dich auf Heimlichkeit spezialisieren möchtest, dann hätten wir für dich zum Beispiel den Meuchelmord. Das ist so ein feiger, effektiver Mord. Das ist eine Espritkraft. Immer wenn du eine heimtückische Attacke machst, dann zählt dir der Espritstern als ein Erfolg. Das ist so eine Besonderheit. Es gibt quasi bei den normalen Hexenwürfeln zwei Hexensymbole, drei leere Seiten und einen Espritstern. Die Hexensymbole zählen immer als Erfolg und bei Espritstern brauchst du zwei Stück, damit es als ein Erfolg zählt. Und das ist wie gesagt eine Espritkraft hier, die dir dann den Bonus verleiht, dass jeder Espritstern ein voller Erfolg ist. Mit der Bedienung, du musst heimtückisch angreifen, also von hinten. Ich denke, das sollte ich hinbekommen. Ich denke, nämlich Frostis Priester wird alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dann nehme ich doch den Meuchelmord. Genau. Der Hintergrund da, um ein bisschen die Regeln noch zu erklären. Es gibt im Kampf bei Hexen zwei Zustände, sage ich mal. Das eine ist gebunden, das andere ist ungebunden. Und du kannst einen Gegner heimtückisch angreifen, wenn er an einen anderen Charakter gebunden ist im Nahkampf. Dann kannst du den von hinten angreifen, ohne dass du dich selber bindest und hast dann quasi auch einen Bonus von zwei Würfeln noch dazu. Zwei Januswürfel. Und genau, mit Meuchelmord hast du eben den Effekt, dass jeder Espritstern auch noch als Erfolg zählt. Dann gäbe es noch, was du nehmen könntest. Eventuell der schnelle Tod. Das ist eine allgemeine Jägerkraft. Da heißt es, jedes Mal, wenn du im Nahkampf einen Bandengegner tötest, darfst du einen Blutwürfel würfeln und wenn du Glück hast, kannst du damit gleich einen zweiten Bandengegner besiegen, ohne dass du ihn auch nur einmal angegriffen hast, sozusagen. Also du meuchelst irgendwen und stichst nochmal zur Seite zu und dann fällt der Gegner halt einfach auch noch um, weil du so gut bist. Ja, das überzeugt mich. Das nehme ich auch. Genau, auch wenn ich dich davon schon überzeugt habe, noch kurz dir vorgestellt, die Ausbaukraft wie ein Schatten. Da geht es dann tatsächlich auch um Heimtücke. Da kannst du dich, wenn es dunkel genug ist, kriegst du Boni auch verstecken. Du kannst tatsächlich auch Heimtückisch angreifen, also dafür sorgen, dass du jemanden Heimtückisch angreifst, obwohl es eigentlich nicht möglich wäre, auch wenn du selber schon gebunden bist an diesen Gegner und könntest dann quasi auch den Vorteil von Meuchelmord noch mitziehen und noch weitere andere lustige Sachen in dieser Ausbaukraft mit drin. Das klingt natürlich auch gut, also vor allem, wenn ich aus beiden diesen Kräften meine Vorteile ziehen könnte, indem ich sie kombiniere. Aber ich denke, meine Punkte sind begrenzt, oder? Wie weit bin ich inzwischen? Ja, du hast ja Meuchelmord mit der RSS-Prikraft, das sind drei Punkte und wenn du schneller totnimmst, dann hast du zwei weitere Punkte ausgegeben, also insgesamt schon fünf von sechs. Ja, alles klar. Das heißt, du könntest theoretisch einen Punkt jetzt noch ausgeben und schon mal den Stammeffekt von Wie ein Schatten nehmen und dann mit den zwei Jägerpunkten aus der nächsten Stufe noch weiter in der Ausbaukraft investieren oder du wartest mal, was dir deine zweite Rolle dann so bringt. Ah, dann denke ich, warte ich noch mal. Ich kann ja immer noch diesen Schatteneffekt dazu kaufen. Genau. Das ist das Schöne, das verschließt sich nicht. Wunderbar. Dann habt ihr das auch eingetragen bei euch? Ich hab's eingetragen, ja. Da müssten jetzt die Fertigkeiten kommen. Genau. Genau, Fertigkeitspunkte habt ihr insgesamt zwölf Stück. Die Fertigkeitspunkte müsst ihr komplett aufteilen oder könnt ihr aufteilen auf die allgemeinen Fertigkeiten und auf eure Kampffertigkeiten. Die allgemeinen Fertigkeiten sind relativ begrenzt, aber man kann quasi so ziemlich alles damit noch abdecken. Wie in manchen anderen Systemen ist es hier so, ihr habt nie null Punkte in einem dieser Fertigkeiten, weil sie immer der Fertigkeitswert mit einem Attribut zusammen kombiniert werden. Das wird dann interessant. Der Attribut ist das nächste nach Fertigkeiten. Das heißt, ihr habt immer quasi den Fertigkeitswert plus das Attribut und habt dadurch einen Summenwert, mit dem ihr dann würfeln könnt. Genau. Ihr habt die Waffenübersicht, was für Waffen ihr da natürlich habt. Könnt ihr euch da was aussuchen oder eben die allgemeinen Fertigkeiten. Manche allgemeine Fertigkeiten bringen euch noch einen Bonus. Das kann ich euch gleich erzählen. Bei den Fertigkeiten ist es so, die könnt ihr maximal auf Stufe 4 bringen. Stufe 1 kostet euch einen Fertigkeitpunkt, Stufe 2 2 Punkte, Stufe 3 3 Punkte, Stufe 4 4 Punkte. Also jeweils kumulativ. Ich glaube, habe das gerade schon mal für mich gemacht und zwar alles auf allgemeine Fertigkeiten gesetzt. Beim Kampf habe ich auch schon geguckt. Da wäre sonst außer Ausweichen nichts dabei, was mich gerade interessiert. Deswegen habe ich gewählt Akrobatik, Aufmerksamkeit, Erkennen, Erste Hilfe und Redekunst auf 1 sowie Wissensgebiete und dann habe ich Geistesstärke und Land und Leute auf 2 und damit müsste ich eigentlich bei 12 Punkten rauskommen. Ich konnte zwar jetzt nicht ganz so schnell mitrechnen, aber das sollte dann soweit passen. Ich habe es eben gerade noch mal so ein bisschen für mich im Kopf gemacht und das sollte eigentlich dann passen. Sehr breit gestreut. Land und Leute ist ja so eine allgemeine Fragungsfertigkeit, könnte man sagen, wenn du dich mit Leuten unterhältst und irgendwie Informationen in der Kneipe, in der Taverne oder auf der Straße erlangen willst, aber so eine Zusatzregel heißt auch, für jeden Punkt in Land und Leute kannst du eine weitere Gemeinsprache sprechen. Das ist so, in Hexen 1733 kann jeder Deutsch und Französisch lesen und schreiben, wenn er das möchte, oder Deutsch und eine andere Sprache und mit jedem Punkt in Land und Leute kannst du eine weitere Gemeinsprache sprechen, wenn du das denn möchtest. Und bei Wissensgebiete ist es dasselbe, nur dass es da mit sogenannten Hochsprachen oder wissenschaftlichen Sprachen der Fall ist, also Latein zum Beispiel oder Griechisch kannst du dann sprechen, wenn pro Punkt in Wissensgebiete. Dann würde ich tatsächlich Land und Leute auf eins setzen und Wissensgebiete auf zwei legen, dann machen wir das andersrum. Mhm. Das kannst du gerne tun, ja? Dann werde ich wahrscheinlich Ungarisch oder sowas sprechen und ja, Griechisch und Latein, genau. Okay, und unser Attentäter? Ja, ich würde da natürlich gerne Punkte in Heimlichkeit legen und zwar nicht nur einen, sondern am liebsten drei. Jetzt müsstest du mir nochmal sagen, was genau mache ich denn mit Akrobatik? Akrobatik ist quasi alles, was darum geht, Wände hoch zu klettern, dich bei einem Sturz abzufangen, auf einem Seil zu balancieren und also alles, was akrobatische Akte sind, das wird damit umfasst. Gut, dann würde ich den auf zwei nehmen, ich würde dazu noch Aufmerksamkeit auf eins nehmen, Redekunst auf zwei und den Rest würde ich, glaube ich, in die Kampfsachen stecken. Dann bist du mit den allgemeinen Fertigkeiten auf sieben, wenn ich richtig mitgerechnet habe und hast noch fünf Punkte. Ja, ich bin tatsächlich das egal auf acht. Dann habe ich einen verpasst irgendwo, ja. Nicht so schlimm, dann wenn du acht hast, dann hast du noch vier Punkte, damit könntest du zum Beispiel Messer und Durche auf zwei setzen. Genau, dann würde ich nämlich Durche und Messer auf zwei und ausweichen auch. Ausweichen auch auf zwei. Oder wird das anders umgerechnet? Ne, es wird auch hier gerechnet. Also du hast quasi für Stufe eins hast du einen Punkt, Stufe zwei kostet zwei weitere Punkte. Ah, zwei weitere Punkte, alles klar. Gut, gut, dann würde ich erst ausweichen, erst mal rauslassen. Kann man hinterher ja immer noch ein bisschen ergänzen. Ja, richtig. Okay, dann haben wir die Fertigkeiten und kommen zu den Attributen. Ihr wisst jetzt schon, was ihr für Fertigkeiten habt und seht dahinter, was für Attribute eventuell für euch dann wichtig sein könnten, besonders stark zu sein. Genau. Ah, ich wollte noch was zu den allgemeinen Fertigkeiten sagen, da wir gerade schon dabei sind. Also da gibt es ja zum Beispiel Reflexe. Mit jedem Punkt in Reflexe steigt auch die Initiative, die man hat, um eins. Oder zum Beispiel mit Unempfindlichkeit. Mit jedem Punkt in Unempfindlichkeit steigt die Lebenspunkte nochmal um eins. Und so gibt es noch verschiedene allgemeine Kräfte, die eben auch wie Land und Leute oder Wissensgebiete nochmal so ganz besondere kleine Auswirkungen haben. Aber die sind auch alle dann im Buch der Regeln beschrieben. Bei den Attributen bekommt ihr insgesamt 21 Punkte. Ihr müsst jedes Attribut mindestens auf 2 steigern, dürft es aber maximal auf 5 steigern. Ja, dann haben wir 3 und 3 Attribute sind insgesamt 6 und 6 mal 2 sind 12. Das heißt 12 Punkte fehlen und so oder so schon. Genau, da gibt es bei den Attributen, wie du es gerade so schön gesagt hast, es gibt körperliche und geistige und jeweils 3. Und dann gibt es noch die Kuhs und Ideen. Das sind abgeleitete Attribute, könnte man sagen. Hier erkläre ich euch dann aber gleich, wenn wir die Punkte hier verteilt haben oder während ihr das macht und euch überlegt. Genau, ihr dürft da einfach mal ein bisschen basteln und rumschieben. Kuhs und Ideen, die kann man benutzen, um sich im Kampf oder bei allgemeinen Fertigkeitsproben ein wenig zu verstärken. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, bei manchen Ausbaukräften besonders braucht man eventuell Kuhs oder Ideen, damit man die überhaupt einsetzen kann. Und da müsst ihr halt schauen, ob ihr eben genügend davon habt. Wenn ihr sie ausgegeben habt, dann sind sie weg. Die regenerieren sich immer erst nach einem Konflikt wieder. Das heißt, wenn ihr vor einem Kampf zum Beispiel Kuhs oder Ideen ausgebt, dann habt ihr die nicht zu Kampfbeginn, sondern erst am Ende des Kampfes wieder regeneriert. Man muss also auch zwischen den Kämpfen so gut überlegen, wann gebe ich mal einen aus. Denn man kann neben den Voraussetzungen, dass man die einsetzen muss, um überhaupt was zu tun, eine Fertigkeit einzusetzen, also eine Jägerkraft, kann man auch sogenanntes fokussieren. Da kann ich für eine Probe einmal ein Kuh oder Idee ausgeben und bekomme dafür einen Bonus von drei. Was ich ausgeben muss, hängt dann eben davon zusammen, mit welchem Attribut, denn die Fertigkeit gekoppelt ist. Also wenn sie mit einem geistigen Attribut gekoppelt ist, dann muss ich Ideen ausgeben und wenn sie mit einem körperlichen Attribut gekoppelt ist, dann muss ich verteilen. Ja, habe meine Attribute verteilt. Ich habe Sinn und Schärfe auf vier, Wissen und Willenskraft auf fünf, Körperkraft und Geschick auf zwei und Athletik auf drei. Damit sollte ich bei 21 von 21 Punkten sein. Wenn ich richtig gerechnet habe, ja. Die Summe ist dann die Anzahl der Würfel, die ich in die Hand nehmen darf, oder? Genau, die Anzahl der Hexenwürfel. Genau, und dann darf ich, was ist ein Erfolg? Eine Fünf und eine Sechs ist ein Erfolg, ne? Genau, eine Fünf und Sechs, beziehungsweise wer die tollen Hexenwürfel hat, den Grünen, das Hexensymbol dieser Rabenkopf. Genau, und ansonsten die Eins ist ein Esprit, wenn ich richtig informiert bin, das ist ein halber Erfolg. Genau, die Eins ist der Esprit, das ist ein halber Erfolg oder eben man hat besondere Jägerkräfte, die dann die Esprit-Sterne nochmal besonders machen oder wo man durch Esprit-Sterne nochmal irgendeinen kleinen Bonus oder Vorteil bekommt, wenn man sie dürft. Dann kannst du dir auch schon mal die Kurs und Ideen eintragen und könntest dir tatsächlich auch die Initiative und deine Lebenspunkte ableiten. Ja, Körperkraft sind zwei plus Wille sind fünf sind sieben plus sieben ist vierzehn Das heißt, ich bin bei vierzehn Basis-Lebenspunkten. Passt das? Ja. Das ist auch relativ normale Werte. Initiative ist Sinn vier plus GS sind sechs. Genau. Jetzt müssen man hier natürlich schauen, ob man eventuell eine Motivation hat oder ein Kleidungsset, was das Ganze nochmal modifiziert und muss das dann natürlich mit einrechnen. Gut, dann haben wir den Punkt sechs schon mit meinen Lebenspunkten, mit dem Kuh, mit dem Idee. Initiative und Sprache habe ich prinzipiell ja auch schon gewählt. Genau. Dann schauen wir mal, was Nico hier so gewählt hat. Ja, ich bin da jetzt noch ein bisschen unsicher, wie ich meine Punkte verteilen möchte. Also auf zwei habe ich die jetzt alle schon gesetzt. Ich denke, dass für mich Athletik Geschick ganz wichtig sein könnten. Sinnesschärfe möchte ich auch nicht unbedingt darauf verzichten. Willenskraft wäre jetzt auch noch so eine optionale Sache. Was wäre denn eine gute Verteilung? Das kann man natürlich machen wie man möchte. Du kannst es ja ausgewogen machen mit R3 und 4. Du kannst aber auch Ausreißer haben mit der 5. Das Maximale, was du jemals in einem Attribut erreichen kannst, ist tatsächlich 6. Hat den Hintergrund, es gibt in dem Set auch 10 Hexenwürfel und mit einer Fertigkeit auf maximal 4 und einem Attribut auf maximal 6 hat man dann eben genau diese 10 Hexenwürfel zusammen. Du kannst eben überlegen ob du dich tatsächlich eher ausgeglichen machen möchtest. Du kannst auch natürlich überlegen durch dass du in Geschick was reinsetzt weil das ja den Bezug zu Deuche und Messer hat. Du kannst natürlich auch gucken dass du Sinnesschärfe für die Aufmerksamkeit mitnimmst. Du kannst aber auch Athletik in den Fokus setzen eben für die Akrobatik und für die Kurs die du hast weil du ja im Nahkampf bist da körperlich sehr viel unterwegs bist und dann mehr Chancen hättest um mal einen Messerangriff zu fokussieren oder so. Ja ich denke dann würde ich tatsächlich versuchen Athletik und Geschick so weit ausgeglichen zu halten aber schon in einem hohen Bereich also wenn ich die beide auf die vier setzen könnte das wäre natürlich schon richtig gut weil die Heimlichkeit ja auch über Athletik geht Ja dann wenn du das machst und dann zum Beispiel die Körperkraft erst mal auf zwei lässt dann hast du bei den körperlichen erst mal zehn Punkte ausgegeben und hast wenn du bei den geistigen noch nichts verteilt hast sechs Punkte damit bist du bei 16 und hättest noch fünf Punkte Spielraum die du verteilen kannst Gut dann würde ich die sinnesschärfe nochmal um einen Punkt drauf setzen also auf die drei zur Lücke nein nein meine Lücke wird wissen da kannst du glänzen alles 222 5 5 5 okay wie viel hätte ich denn da noch übrig jetzt wir waren bei 16 glaube ich ich hatte noch fünf was du machen kannst 3 auf 3 und 3 auf 4 dann bist auch bei 21 und von da abgeleitet könntest auch nach oben oder nach unten springen also 1 auf 5 setzen dann auf 2 das würde auch gehen ah entscheidungen entscheidungen ne ich mach das lieber ausgeglichen dann mach ich 3 auf 4 und 3 auf 3 so sinnnesschärf mach ich jetzt auf 4 und den rest alles auf 3 was noch nicht genannt wurde okay dann habe ich jetzt zwar meine rechnung quasi langsam verloren aber ich denke mal es wird so stücken einfach nochmal zusammenzählen durchrechnen auf 21 sind gut basis lebens punkte und die initiative berechnen das steht da ja auch drin und die attribute werden unten normalerweise automatisch eingetragen die summe müsste es dann noch bilden das sollte ich hinbekommen dann habe ich 13 lebens punkte ich bin tanky ja das wolltest du doch sein oder nicht mit dem priester bin ich also so ein richtiger tank priester bin ich jetzt glaube ich nicht bin wirklich supporter noch nicht ich kann euch sagen ich habe mal einen charakter gebastler der hatte auf stufe 2 23 lebens punkte also das ist zwar dann schon extrem aber ich sage mal mit 13 14 seid ihr schon echt in einem guten durchschnittswert dabei es gibt mal so ausreise nach unten die eher richtung 10 lebens punkte haben 15 und 16 ist schon fast ein Überdurchschnitt und viel mehr ist dann tatsächlich schon wirklich dahin spezialisiert gut sprache wie gesagt das kann man dann immer so ein bisschen davon abhängig machen wie das mit dem fluff aussieht wo man dann herkommt das müssen wir uns dann überlegen startbewaffnung genau da müssten wir jetzt nochmal kurz in eure jägerkräfte schauen was ihr euch da genommen habt weil da stehen dann auch immer startbewaffnungen noch mit dabei die man kriegt wenn man dadurch durch seine jägerkräfte keine startbewaffnung hat darf man sich immer noch eine nahkampfwaffe und eine fernkampfwaffe aussuchen also jeder jäger auf stufe 1 startet mit einer nahkampf- und einer fernkampfwaffe ich sehe gerade beim meuchelmord erhält man als startwaffe einen dolch oder eine fechtwaffe als startausrüstung ja dann nehme ich natürlich dolche weil ich ja da auch meine punkte reingesetzt habe genau bei schneller tot hast du leider nichts dazu was du kriegst und wie schaut es war so ein priester ich glaube der hat auch nichts ja ich guck gerade bei der predigt habe ich nichts dabei das ist eine ausbaukraft und die heilige aura muss ich gerade durchgucken nee die heilige aura gibt auch nichts das ist ja schade aber dann darfst auch du dir quasi eine nahkampfwaffe und eine fernkampfwaffe aussuchen und nico hiros du kannst dir auch noch mal eine fernkampfwaffe aussuchen ihr seht das hinten bei der waffenübersicht das sind quasi die waffen kategorien in denen auch gesprochen wird und ihr könnt dann für euch selber genauer ausdefinieren was es denn ist also zum beispiel bei schlagwaffen ist es denn ein totschläger ist es eine dornenbesetzte keule ist es der streitkolben ist es ein morgenstern oder sogar eine axt würde unter schlagwaffen fallen und auch bei schwertern könnt ihr euch dann überlegen ist es der anderthalbhände ist es das klassische breitschwert ist es eher ein langschwert in solche richtungen das bleibt dann jedem der künstlerischen freiheit überlassen das heißt ich bekomme die ja dann würde ich einfach einen morgenstern nehmen ich glaube das ist ziemlich cool wenn man als priester mit einem morgenstern rumläuft und so eine kleine ja so eine kleine handpistole um den ketzern damit in den kopf zu schießen genau wenn sie böse sind wenn sie sich wehren gegen die befragung ja mir schwebt da eher so was lautloses bei den fernkampfwaffen vor vielleicht so eine kleine armbrust oder wurfmesser oder so etwas da wäre vielleicht dann die schleuder was für dich damit kannst du so wurfgeschosse werfen also so was wie kleine granaten oder sprengladung oder einfach nur so eine feuerbrandgranate oder sowas ja finde ich gut dann werde ich zur hobbit schleuder das ist auch in ordnung ja sonst ein alternativ wäre natürlich die armbrust aber dies ist halt auch eine waffe ihr seht ja hinten hinter den namen die anzeige schaden und ap ap ist quasi die bewegungslevel die aktionspunkte das was man so in einer kampfrunde tun kann und die armbrust braucht da schon relativ viel das heißt gerade als heimlicher charakter schränkst du dich damit natürlich schon stark ein ja das stimmt wohl ne dann würde ich tatsächlich lieber die schleuder nehmen dann heißt es nur noch die geeigneten wurfgeschosse beim alchemisten das vertrauens erwerben dann müssen wir wohl einen alchemisten aufgabeln gibt dir kleine weihwasserfläschchen mit denen du dann schießen kannst finde ich auch gut ja weihwasser noch nicht nach offiziellen regeln aber meine gruppe hat das auch versucht mich zu motivieren und hat mich glaube ich sogar überzeugt das ein bisschen zu haus regeln wie das dann funktionieren kann weil ich es einfach eine sehr witzige und charmante idee finde gut aber dann haben wir jetzt die startbewaffnung dann würden wir jetzt zum unterhalt kommen prinzipiell habt ihr 50 gulden unterhalt unterhalt ist in dem fall das was ihr so an man könnte es monatliche kosten sagen die ihr habt sprich für verpflegung für unterkunft für mal reparaturnadel set für den gerissenen stiefel und so weiter alles was quasi den lebensstil ein bisschen darstellt da habt ihr den grundwert von 50 und dann gibt es bestimmte jägerkräfte die diesen unterhalt nochmal erhöhen aber ich glaube bei euch war da jetzt keine dabei die das nach oben schraubt müsste man sonst nochmal gezielt im regelheft nachgucken aber ich glaube das ist dann was für die recherche zu hause genau ja ansonsten unterhalt ist deswegen auch wichtig also man kann quasi sagen entweder nach einem größeren abenteuer oder in bestimmten abschnitten wenn man eine kampagne spielt wird er fällig da muss man quasi von seinem vermögen was man hat das dann abziehen dafür brauchst du aber auch nicht in jeder taverne dein kleingeld zählen ob du jetzt genug hast für den kuckbier oder das gläschen wein sondern das fällt alles unter den unterhalt mit rein auch wenn du bei dem einem bettler noch eine münze zusteckst das zählt unter den unterhalt dann musst du dir nicht jedes mal eine gulde oder sowas abstreichen und das rechnen anfangen das macht das ganze system auch ein bisschen charmanter und einfacher gut dann das startgeld ermitteln jeder jäger bekommt 100 gulden startgeld und damit können wir jetzt im nächsten schritt dann auch gleich schon einkaufen gehen es gibt da so eine sehr umfangreiche einkaufsliste die auf eine seite passt wie berechnet sich mein panzerwert das ist ja die kleidung die ich trage richtig genau jeder ist quasi irgendwie gerüstet und sobald ihr auch ein kleidungsset anhabt habt ihr einen panzerwert von 1 wenn ihr jetzt zum beispiel sowas wie eine lederrüstung euch noch kauft also das kann man jetzt auch mit dem geld sozusagen machen wenn man nicht schon durch die startausrüstung eine rüstung gekriegt hat und kann da eine lederrüstung noch kaufen dann hätte man einen panzerwert von 2 oder man kauft sich tatsächlich sowas wie kettenhemd oder einen küras brustblatte zeugs damit wäre man bei einem panzerwert von 3 und panzerwert hängt dann wieder gleich mit den ap zusammen denn die formel lautet panzerwert plus ap ist gleich 6 gut das heißt wenn ich eine schwere rüstung habe habe ich weniger aktionspunkte und wenn man panzerwert 1 ist dann habe ich 5 aktionspunkte weil 5 plus 1 gleich 6 genau gut dann mache ich das genau so 5 aktionspunkte panzerwert 1 genau man könnte jetzt mit dem startgeld noch weitere kleidungssätze kaufen wird dann zum beispiel interessant wenn man irgendwie handwerken will sich vielleicht noch eine handwerkerkleidung zu holen oder wenn man sich auch bestimmte begebenheiten einstellen will kann man sich dazu noch was holen man kann sich auch noch andere waffen sozusagen holen man könnte sich jetzt noch mit schlafsack zelt und sowas ausrüsten gerade wenn es darum geht man reist durch die wildnis und übernachtet quasi unter freiem himmel damit man dann zum beispiel lebenspunkte regenerieren darf braucht es mindestens einen schlafsack wenn nicht sogar ein zelt wenn man licht will in der dunkelheit braucht man natürlich eine fackel oder laterne das ist auch schön geregelt wenn du eine öllampe kaufst dann erhöht sich dein unterhalt um 10 dafür musst du aber nicht rechnen wie viel einheiten öl hast du jetzt dabei sondern du hast halt einfach immer genügend öl dabei um die lampe brennen zu lassen ja sehr schön also da gibt es viele sachen die sich wirklich ableiten die dann zum beispiel in den unterhalt einfließen wo man einfach nicht ständig rechnen muss sondern das tatsächlich mit einer sehr einfachen mechanik dann abhandeln kann und somit das spiel einfach auch viel flüssiger bleibt gut bevor wir einkaufen ich glaube das sollten wir nochmal im rechercheteil dann machen wenn wir nochmal nachsehen ganz in ruhe wollen wir sonst wenn nico hicheros soweit ist die nächste steigerung machen ja können wir gerne machen du hast auch platzerwert eins genommen oder wie laufst du rum ja das würde ich schon sagen also mehr macht bei so einem charakter konzept auch gar keinen sinn dann tata herzlichen glückwunsch ihr habt euer erstes abenteuer die charakter erstellung überstanden deswegen steigt ihr auf auf stufe 2 damit bekommt ihr eine weitere rolle die ihr euch raussuchen dürft ihr bekommt zwei weitere jägerpunkte und ihr bekommt drei fertigkeits punkte so auf stufe 1 startet jeder charakter mit einer rolle wie sieht denn die stufe 2 aus mit der haupt und mit der neben rolle ist das irgendwas aus den aus den rollen vorher oder kann ich darauf aufbauen du kannst dir jetzt quasi eine neue rolle aussuchen zum priester und hast dann quasi zugriff auf die jägerkräfte von dieser neuen Rolle du kannst aber auch sagen du möchtest dich vielleicht jetzt notfalls noch gar nicht festlegen und hebst dir das für später auf dass du dann die Rolle die noch auswählst aber das ist quasi immer auf welche jägerkräfte du dann zugriff hast und was du einsetzen kannst ja ich sehe gerade der inquisitor hat die voraussetzung priester mit der jägerkraft heilige aura genau das ist wenn man quasi auf eine profession gehen will muss man gucken welche zwei rollen und welche jägerkraft ist denn dafür die voraussetzung die musst du dann erfüllen und sobald die erfüllt sind kannst du sagen ich habe diese profession trägst die ein und kannst dann quasi auf die drei jägerkräfte der profession noch mal zugreifen also ich muss dann sowohl den priester als auch den eiferer haben oder nur eine von diesen beiden nein du musst alles beides haben das heißt es würde Sinn machen dass ich die wie nennt sich meine profession die kann ich ja nennen wie ich will ne die profession hat ja tatsächlich dann diesen namen inquisitor aber das bin ich aktuell noch nicht ne genau du kannst nur wenn du die voraussetzung erfüllt hast kannst du dich dafür entscheiden du kannst auch sagen ich habe die voraussetzung und nehme die profession nicht weil ich mit meiner dritten Rolle ganz wo anders hin will okay gedacht dass ich Rolle Nummer eins priester bin und die profession kann ich aber nennen wie ich will ich dachte das läuft so du wählst ja quasi hier eine von den vorgegebenen professionen aus du kannst natürlich dein rollen konzept nochmal definieren dass du dich dann als der teufels austreiber von Wimenden oder von Gorisch nennst sozusagen aber deine profession ist quasi das was du hier gewählt hast damit man auch weiß woher ziehst du denn deine also auf welchen pool von jägerkräften kannst du zugreifen welche jägerkräfte kannst du dir dazu kaufen und mein ich bekomme jetzt drei punkte für meine jägerkräfte richtig nein du bekommst jetzt zwei jägerpunkte und du bekommst drei fertigkeits gute das heißt ich kann mir keine esprit kraft kaufen die kostet ja drei ne du kannst dir keine esprit kraft kaufen wenn du nicht gespart hast ok genau ich habe nicht gespart sonst hätte ich mir die teufels austreibung gekauft dann bogen ist einfach noch nicht dafür ausgelegt dass man quasi so viele ausbau kräfte hat aber nur weil der platz nicht auf dem jägerpunkte heißt das nicht dass du es nicht machen darfst sonst kaufe ich mir zwei allgemeine kräfte also einmal dann ikone würde ich mir kaufen und dann schaue ich gerade gleich nochmal beim priest ob da noch irgendwas ist aber die ikone brauchte schon zwei jägerpunkte achso die ikone okay ich dachte die brauche auch nur eine dann kaufe ich mir ikone und bin durch ja ich hatte mir einen jägerpunkt aufgespart das heißt ich könnte mir eine esprit kraft kaufen aber erst mal müsste ich mir meine zweite rolle aussuchen berate mich doch mal was könnte ich denn in meiner Karriere als Attentäterin noch man kann natürlich sehr viele schöne dinge tun und kombinationen schaffen also du könntest dich zum beispiel mit dem konstrukteur noch in so eine bastler richtung entwickeln und könntest quasi dir so kleine hilfsheimlichkeits apparaturen basteln zum beispiel das automatische dietrich set mit dem du dann besser irgendwelche schlösser knacken kannst oder irgendwelche kletterhelfen die automatisch aus den stiefeln rausschnappen oder sowas du kannst aber auch schauen ob du dich in richtung einer profession entwickeln willst ich guck grad mal was wir da für den attentäter sozusagen haben für 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 den attentäter hätten wir zum beispiel den rächer der müsste die rolle zwei fechte haben oder den spion dann würdest du die rolle stratege nehmen das ist jetzt schwer das gefällt mir beides oder du nimmst tatsächlich einfach eine kombination die nicht auf eine profession abzielt also wie gesagt man kann beides machen man kann sagen ich will unbedingt diese drei jägerkräfte oder zugriff auf diese drei jägerkräfte haben von der profession oder mir ist das einfach egal mir ist das korsett zu eng ich wähle eine völlig andere vielleicht abstruse kombination ja das müsste ich mir tatsächlich mal überlegen weil beide varianten klingen richtig gut das würde ich jetzt tatsächlich wenn wir in einer größeren gruppe wären davon abhängig machen was es denn noch gäbe ich muss allerdings sagen spion klingt schon richtig so nach dem was ich mir vorstelle allerdings eben auch rächer schwierig ich brauche noch eine minute das ist ja nicht so schlimm ich kann dir mal sagen was der rächer so kann also der ist ja eher tatsächlich in Richtung nahkämpfer mit dem fechter der dann vielleicht auch mehr mit Degen und als Zweitwaffe durch dann kämpft könnte man sich so vorstellen du könntest mit zum Beispiel dem Rächer könntest du Menschen lassen aufwiegeln das ist du hast dann quasi so eine leichte Unterstützung von Fußvolk was deinem Aufruf folgt und mit dir rumrennt und dich dann im Kampf ein bisschen unterstützen kann du kannst Gegner verkoppeln indem du quasi ihre Rüstung beschädigst und sie dann weniger Panzerwert haben das heißt alle machen dann quasi mehr Schaden auf diesen Gegner oder du kennst dich zum Beispiel mit der Anatomie besonders aus und kannst dann da noch mehr Schaden sozusagen raushauen an deine Gegner und der Spion ist ja der kann zum Beispiel Gift versprühen also so mit Gift Fläschchen um sich werfen und ohne dass man das Gift dann über ein Messer übertragen hat sozusagen dann trotzdem die Auswirkungen des Giftes auf Bandengegner wirken lassen und dann eventuell die Bandengegner recht schnell besiegen du kannst dich verstecken und kannst dadurch quasi Kurs oder Ideen regenerieren und kannst damit dann dich quasi wieder mehr fokussieren oder mehr Jägerkräfte einsetzen und du könntest dich als Spion einschmeicheln da kannst du mit Redekunst oder Land und Leute proben einfach dich besser darstellen und mehr Informationen rausholen es ist immer noch eine schwierige Entscheidung ich glaube ich gehe aber über die Rolle Fechter dann zum Rächer hin dann trag dir doch das mal ein und dann kannst du dir auch die Profession schon eintragen und dann den Fechter und dann müsstest du dir überlegen ob du jetzt noch Punkte vom Fechter nimmst ob du erstmal in den Ausbau Kräften beim Attentäter weiter was tust also da bist du jetzt auch wieder völlig frei und man sieht jetzt auch schon recht schnell man ist so begrenzt in den Punkten dass man von einer Rolle die Sachen alle erwerben kann wenn man sonst von der anderen Rolle gar nichts nimmt dann kann man sich in einer Rolle sehr spezialisieren man kann aber wirklich völlig verschiedene Kombinationen der Jägerkräfte erzielen und damit einen ganz individuellen Charakter spielen Ja ich würde tatsächlich weiter in den Attentäter Fertigkeiten mich spezialisieren wollen und zwar wie ein Schatten hatte ich mir ja vorhin angesehen da hätte ich ja erst einmal diese Basiskraft die ich dann dadurch bekäme und mir gefiele vor allem die Gesellenkraft dass dann alle Nahkampf Angriffe als heimtückisch zählen genau das wäre die Heimtücke Gesellenkraft Heimtücke da opferst du einen Kuh und wenn du an einen Gegner gebunden bist und das musst machen bevor du angreifst und dann zählt dieser Angriff sozusagen als heimtückisch also du druckst dich einmal unter ihm durch und kannst ihn heimtückisch angreifen und erhältst dafür sogar den Bonus von zwei und genau kannst auch den Effekt von mitnutzen gut wie war das nochmal mit den Punkten die man für jede Gesellenkraft benutzt sollen das auch zwei ne das ist ja eine Ausbau Kraft also Geselleneffekt jeder Effekt in einer Ausbau Kraft kostet dich einen Punkt das heißt wenn du jetzt die Heimtücke nimmst hast du einen Punkt ausgegeben und hast noch zwei da könntest du zum Beispiel schauen ob der Fechter auch noch eine interessante mal was der so kann also die Esprit Kraft fällt ja für dich raus das heißt Duellant das bringt quasi wenn du 1 zu 1 gebunden bist und sonst keiner in diesem Duell mit dabei ist und du mit Dolch oder Fecht Waffe oder einer Pistole Silber oder Schwert kämpfst dann zählen alle Esprit Sterne als Erfolg das wäre quasi dann nicht heimtückisch sondern wenn du frontal auf jemanden zu gehst und mit dem kämpfst wirst dir dann auch überlegen damit den Esprit Stern Du hattest vorhin erwähnt dass es bei dem Fechter eine Kraft gibt oder einen Effekt mit dem man Leute verkrüppeln kann das würde mich interessieren das war nicht beim Fechter sondern das war beim Rächer dabei Achso also noch die gesteigerte Stufe genau aber wie gesagt wir gucken gerade nochmal schnell nach genau du hast jetzt genommen den Attentäter und den Fechter wie ein Schatten den Stammeffekt den hast du ja damit könntest du auch jetzt schon die Profession Rächer sozusagen auswählen und verkrüppeln ist eine allgemeine Jägerkraft würde dich zwei Punkte kosten gut ab sofort kann ich verkrüppeln wunderbar genau und das ist halt dazu da einfach um den Panzerwert zu senken und pro Gegner kannst du das einmal im Kampf machen dass du seinen Panzerwert senkst und damit ist er leichter verletzbar gut dann dürft ihr eure Fertigkeitspunkte drei Stück noch ausgeben ja das habe ich mittlerweile auch schon gemacht da habe ich tatsächlich dann in die drei Kampffertigkeiten gesteckt und zwar Schlagwaffen Pistole und Ausweichen damit sind die drei Punkte auch weg ich würde dann auch etwas mehr meinem Schleuder Wert geben und ich würde glaube ich ganz gerne ausweichen weil ich ja nicht mit einer dicken Rüstung rumlaufe das ist immer gut ich habe mich tatsächlich auch für einen Heimatort entschieden Budapest bin Ungare auch schön ja mal was anderes ja klar man muss ja nicht aus Zentraleuropa kommen ja so Deutschland Frankreich Belgien sondern auch so entlegen Regionen Spanien Autoball wäre möglich Italien Spanische Inquisition klar ich dachte mir einfach ich habe so einen Blick auf die Karte geworfen und dachte so mach ich Wien also Österreich oder gehe ich dann nach Ungarn und dann habe ich Transsilvanien gesehen und dachte okay dann nehme ich Ungarn sieben Bürgen und die Wallachai ja wunderbar genau dann sind wir quasi was die Erschaffung an sich angeht schon fast am Ende es gibt jetzt noch die Chance für euch wenn ihr ein Handwerk hättet dass ihr da drei Würfe auf das Handwerk werfen könntet um zum Beispiel als Konstrukteur euch schon mal Punkte für eure Apparaturen herzustellen oder schon mal Tränke herstellen oder Schießpulver herstellen solche Sachen könntet ihr dann machen wenn ihr entsprechende Rollen und Fertigkeit Jägerkräfte hättet und ansonsten ist damit die technische Erstellung des Charakters abgeschlossen und es würde quasi so zum Fluff und zum Ausgestalten der Hintergrund Geschichte dann noch übergehen Das Alter ist regeltechnisch komplett egal Genau Das dürft ihr euch dann für dich frei wählen Dann bin ich durch Ich habe noch eine Frage und zwar mit den Kleidungssets Wir haben jetzt ja eine zweite Rolle dazu bekommen Bedeutet dass wir ein zweites Set dazu bekommen Nein Das ist was ihr dazu bekommt kommt tatsächlich nur aus eurer ersten Rolle Du hast aber wenn du auf den Marktplatz gehst auch immer die Möglichkeit die andere Kleidungssets dazu zu holen umzukaufen Also die sind auch relativ günstig jetzt zum Beispiel im Vergleich zu einer Rüstung und wären auch im Startgeld auf jeden Fall mit drin wenn du das mögen würdest Ja so wichtig ist mir das jetzt auch nicht Es sei denn da ist so ein sehr schöner Tarnanzug dabei aber ich glaube so weit waren die damals noch nicht Nein leider nicht Okay Dann sei schon mal ganz recht herzlich verdankt für diese Charakterstellung und wir werden uns dann auf der Radcon in dieser Kombination sehen Ja ich hoffe doch dann schaue ich mal ob ich euch vielleicht sogar ein besonderes Abenteuer vorbereiten kann Gut Ja abschließende Fragen zum Inventar und so weiter das klären wir dann alles jetzt außerhalb der Aufnahme und damit bedanke ich mich ganz recht herzlich bei dir bei euch fürs Mitmachen und ich hoffe wir konnten euch so ein bisschen gemeinsam helfen einen eigenen vielleicht Charakterbogen dann nochmal auszufüllen wenn ihr daran Interesse gezeigt habt also sowohl dann an der Stellung von diesen Charakteren als auch dann in Kombination mit dem Podcast ja vielleicht habt ihr auch Interessen an Hexen 1733 gefunden damit verabschieden wir uns von euch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dann Tschau Tschüss 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 Vielen Dank.